So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben gerade wieder Seven vs. White geschaut, zwei Folgen am Donnerstag, bis wir dann irgendwann damit durchsehen. Da kommt Klotzi in den Stream rein und sagt, Ramses muss gleich ein Infovideo machen. Jetzt haben wir geguckt, was gibt's Neues? Neue Pokémon! Nicht zum Winter-Event, nicht zum Weihnachtsfest, nicht Teil 1, Teil 2, sondern direkt ab jetzt. Ab dem Moment, wo das Video jetzt hier da ist, oder halt schon davor, ab 23 Uhr, wurde wohl Purmel, Puponcho und Vivillon in Pokémon Go entdeckt und freigeschalten. Und das aber nicht einfach wild, sondern über irgendwie das Postkarten-Featuren. Das ist total abstrakt und damit ihr wisst, was das ist, möchte ich euch die News hier auf dem Blog vorlesen und euch mal den Trailer und das Video dazu zeigen. Also, ja, dadurch wird das Video natürlich demonetarisiert, aber ihr solltet ja das mal gesehen haben und wir gucken uns das jetzt gemeinsam mal an. Vivillon, Vivillian, Fifi, komm zu Pokémon Go geflattert. Schauen wir mal. Nutze die Feiertage, um Postkarten zu senden. Also, ihr habt gesehen, theoretisch hat man eine Dame gesehen, die jetzt einen Sticker an ein Geschenk geklebt hat, die was versendet hat, ein anderer das bekommen hat und daneben ein Button war, dass man im Prinzip diese Postkarte ins Postkartenbuch klebt, einheftet. Dann habt ihr verschiedene gesehen, die aus verschiedenen Regionen einfach ihre Postkarten angeheftet haben oder eingeklebt haben und dann ist plötzlich Purmel erschienen. Wie bei einer Fotobomb wahrscheinlich, so wie das aussieht, ist dann Purmel erschienen. Jetzt wollen wir aber mal lesen, wie genau das jetzt wirklich funktioniert und was hier steht im offiziellen Text. Trainer, wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass Purmel, Poponjo und Fifi zum ersten Mal im Pokémon Go erscheinen. Ihr könnt nun auf der ganzen Welt die gesamte Entwicklungsreihe von Purmel sammeln. Das Flügelstau-Pokémon Fifi, Fivillon, steht sie so, Fivillon, nicht Fivilon, sondern Yon, Fivillon, ist für seine unterschiedlichen Muster bekannt. Ihr könnt Fivillon mit verschiedenen Flügelmustern sammeln, indem ihr Postkarten von Trainern, Pogestops oder Arenen aus anderen Regionen anpinnt. Durch das Anpinnen von Postkarten aus zulässigen Regionen wird die Fivillon-Sammler-Medaille freigeschaltet und Fortschritt bei den Untermedaillen für die Herkunftsregion der Postkarten erzielt. Wenn ihr Fortschritte bei den Untermedaillen macht, könnt ihr Purmel begegnen. Purmel aus verschiedenen Regionen entwickeln sich dabei zu Vivillon mit unterschiedlichen Mustern. Könnt ihr alle Vivillon entdecken und fangen? Vivillon hätte zu keiner besseren Zeit entdeckt werden können. Während dieser Zeit des Schenkens könnt ihr Freunden und Familienmitgliedern Zeit widmen, indem ihr ihnen ein nettes Geschenk über Pokémon Go zuschickt. Was glaubt ihr, zu wie vielen verschiedenen Vivillon sich Purmel entwickeln kann? Vivillon erscheint in Pokémon Go. Purmel, Puponcho, Vivillon erscheinen nun auf der ganzen Welt in Pokémon Go. Ihr könnt Purmel begegnen, wenn ihr Postkarten aus anderen Regionen sammelt und anpinnt. Legt also direkt los, um die Vivillon-Sammler-Medaille freizuschalten. Wenn ihr hier eine Postkarte also habt, ein Geschenk habt, könnt ihr statt zu öffnen, daneben auf die Pinnadel drücken. Dann wird euch ja wahrscheinlich angezeigt, von wo das ist. Wahrscheinlich, wenn ihr mehrere aus einer bestimmten Region kriegt und eben diese Untermedaille pusht, erscheint einfach ein Purmel, was ihr fangt. Und weil das ja von dieser Region eigentlich ist, trägt es dann die Farben dieser Region. Also ist gut, wenn man Freunde, ausländische Freunde hat. Einen in Amerika, einen in Japan, einen in Auckland, einen in Hin und Her. Oder wenn ihr Spoofer als Freunde habt. Oder wenn ihr mit einem zweiten Account spooft und euch einfach ein Geschenk schickt und dann selbst die Medaille pusht. Ey, das klingt doch richtig verlockend. Hier sieht man die einzelnen Pokémon, die einzelnen Formen. Mit 25 Purmel-Bonbons könnt ihr Purmel zu Popunjo entwickeln. Und mit 100 Purmel-Bonbons könnt ihr Pur-Ponjo zu Vivillon entwickeln. Vivillon-Muster. Purmel aus verschiedenen Regionen entwickeln sich zu Vivillon mit unterschiedlichen Mustern. Die Flügel-Musterung wird dabei vom Klima in deren Habitaten beeinflusst. Bisher wurden 18 Vivillon-Muster in Pokémon GO entdeckt. Wenn ihr mehrere Postkarten aus einem bestimmten Teil der Welt sammelt, könnt ihr einem Purmel begegnen, das sich in den Vivillon mit einem Muster aus einem der folgenden Habitate entwickelt. Archipel, Kontinental, Prunk, Ziergarten, Dürre, Frost, Dschungel, Aquamarine, Blumenmeer, Innovation, Monsoon, Ozean, Schneefeld, Fluss, Delta, Sandsturm. Grüße gehen raus an Spiele-Gamer. Sandsturm, Savanne, Sonne, Flocke. Ihr könnt auf der Vivillon-Karte im Pokedex oder auf der Seite mit der Vivillon-Sammler-Medaille sehen, wo die unterschiedlichen Vivillon beheimatet sind. Da gibt es also diese Medaille dann. In euren anderen Medaillen seht ihr schön an diesem Vivillon-Bild. Dann seht ihr, wie viele ihr habt in eurer Kollektion. und seht die einzelnen Muster, wo die herkommen. Das ist alles schön aufgelistet. Vivillon trägt die 666. Grüße an Hannes. Ja, hier ist nochmal groß, dass man das alles sieht. Polar, Icy Snow, sonst was. Es gibt natürlich auch mehrere in mehreren Regionen. Icy Snow ist zum Beispiel hier oder hier zu finden oder hier zu finden. Dreimal sehe ich das Ganze. Hier das orange High Planks sehe ich einmal hier zum Beispiel, auch einmal hier. Also es ist völlig random. Sammelt einfach, macht das, wie das da steht. Probiert es aus. Muss angeblich ab jetzt gehen. Weitere Details. Mit der Vivillon-Sammler-Medaille könnt ihr euren Fortschritt beim Sammeln der Vivillon-Muster überprüfen. Wenn ihr eine Postkarte anpinnt, wird diese neue Medaille freigeschaltet. Und es wird eine kurze Erklärung dazu geben, wie ihr Purmel begegnen könnt. Also lest bitte mal wirklich auch, was das Spiel euch selber sagt. Vieles steht nämlich im Spiel selber. Und die Leute lesen nie und fragen dann, wie geht denn das? Kann mir das jemand erklären? Aber eigentlich erklärt es euch doch das Spiel. Außerdem könnt ihr Untermedaillen für die Sammler-Medaille erhalten, indem ihr Postkarten anpinnt. Ihr könnt sowohl eigene als auch von Freunden erhaltene Postkarten anpinnen. Diese Untermedaillen gehören zu den unterschiedlichen Regionen. Mit Vivillon-Muster sammelt verschiedene Untermedaillen, um Purmel aus der ganzen Welt zu begegnen. Das heißt also, nicht nur Geschenke, die euch geschickt werden von Freunden aus dem Ausland, könnt ihr nutzen, um in einen Vivillon von dort zu kommen. Wenn ihr irgendwo im Urlaub seid, könnt ihr bei gedrehten Stops ja auch Postkarten erhalten und eure eigenen Geschenke, Postkarten anpinnen. Also wenn jetzt jemand irgendwo nach Japan Urlaub macht und dort Stops dreht, Geschenke kriegt, kann er sich das selber auch wohl anpinnen, um eins aus dieser Region spawnen zu lassen. Wenn ihr einen Freund in Amerika habt, der euch was schickt, könnt ihr das anpinnen, um eins von dort zu haben. Also ihr könnt selber, wenn ihr rumreist, das vervollständigen. Und ihr könnt, wenn ihr Freunde habt, die irgendwo rumreisen, mit denen interagieren, dass die euch was schicken von dort. Ist wirklich eigentlich ein interessantes Feature. Und gerade jetzt auch, wo die Geschenke erhöht sind, man 125 verschicken kann, man 40 öffnen kann, man 40 auch im Beutel tragen kann. Finde ich, ist das eine schöne Zeit, um sich gegenseitig auszutauschen. Ihr könnt täglich bis zu drei eure eigenen Postkarten anpinnen, um Fortschritte zu erzielen. Oh. Für die erste Untermedaille müsst ihr drei Postkarten aus einer Region mit Vivian Muster sammeln. Sobald ihr eine Untermedaille erhalten habt, könnt ihr weitere Fortschritte erzielen, um Purmel als Belohnung öfter zu begegnen. Die Anzahl der Postkarten, die zum Erhöhen des Rangs der Untermedaille erforderlich sind, steigt mit jedem Rangaufstieg. Also je höher eure Medaille, desto öfter oder mehr Purmel spawnen dann und ihr wollt ja alle Medaillen fertig haben und vergolden und alle anderen, aber ihr könnt drei nur selber anpinnen von euch. Aber drei braucht ihr auch, um erstmal überhaupt eine Begegnung zu haben und probiert es aus, probiert es aus. Ich habe es noch nicht ausprobiert, wir machen das noch. Ich werde mir auf jeden Fall das Video vom Schilling dazu noch angucken, weil ich selbst einfach absolut gar nichts verstehe gerade. Und deswegen, lasst das Feature auf euch wirken, lasst es euch vom Spiel erklären. Wir wissen jetzt, es ist da, wir wissen jetzt, dass man anpinnen soll, immer alles und achtet mehr beim Geschenkemachen drauf. Achtet auch auf die Umgebung und so weiter und den Rest kann man sich schenken. So, wir scrollen nochmal nach oben und verlassen das Ganze jetzt hiermit. Toll, das Bild ist nicht mehr da. Dann lassen wir das jetzt als Bild da. Was sagt ihr dazu? Freut ihr euch auf die neuen Pokémon? Was sagt ihr zu Vivillon? Habt ihr Bock? Und wenn das irgendwann mal noch als Shiny kommt, dann drehen die Leute wahrscheinlich komplett durch. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.